Wir brauchen eine Aufarbeitung der gesamten Corona-Krise und der Corona-Maßnahmen. Mir geht es nicht so sehr um den Begriff Schuld. Das kann man definieren, wie man will, aber es geht mir darum, dass man sagt, es sind Fehler gemacht worden. Also das müsste eingestanden werden in gewissem Umfang. Und es müsste dann auch eingestanden werden, dass man über das Ziel hinausgeschossen ist, dass man auch in eine Art Kollektivismus verfallen ist, in dem kritische Stimmen kein Gehör mehr finden konnten. Das müsste dann auch dazu führen, in zweiter Linie, dass man sagt, wie können wir diese Fehler nicht mehr machen beziehungsweise vermeiden beim nächsten Mal, dass es so weit kommt. Also das wäre mir entscheidend, dass man irgendwie sagen kann, für eine kommende Krise, wir werden nicht wieder so weit in diese missliche Lage hineinkommen, sondern können das irgendwie vermeiden.